hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge mit wo ich auf meinem kenner und ja mal wieder eine normale runde und mal wieder auf da ich einfach gemerkt habe okay auf revie seht ihr die aufnahmen auch gerne und dementsprechend habe ich mir jetzt auch mehr so reti wird was gegeben sag ich mal in letzter zeit und ja hoffen wir dass ich nicht der schlechteste in dieser hunde bin sondern dass ich sie weiß ist auch schon spät fast 21 uhr deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen retarded wer weiß ist es dienstag mir fällt ein dass ich ein sonder sachen augenarzt haben weil ich höchstwahrscheinlich sehr wahrscheinlich eine brille bekommen leute ja eine brille mensch da freut man sich das drauf naja ich freue mich im endeffekt wahrscheinlich sogar wirklich darauf weil ich unbedingt eine brauche sonst kann ich irgendwann nicht gar nichts mehr an der tafel lesen aber egal können wir in die kommentare schreiben ob ihr auch eine brille habt oder eine bekommt oder eine bräuchte aber keine wollt oder was weiß ich was interessiert mich mal wie viele menschen so eine brille brauchen ich gehe einfach nur von base zu base merke ich wohl mensch viele gegner kommen hier nicht gerade aber vergessen zu kriegen keck mensch wir sind heute aber mal wieder gut drauf ein typ der ins web will oder auch nicht mensch also es war realtag die runde läuft besser als gedacht und das ist doch mein nachbar da vorne wenn ich jetzt ernsthaft schon einmal in der runde doch ob sie da nicht so ganz geklappt wir sind heute allesamt so nett gratulieren mir also ich finde gerade echt ich glaube ich bin echt kein einziges mal gestorben ich glaube ich bin echt kein einziges mal gestorben ich würde sagen ja